Und willkommen zurück zu... was ist denn mittlerweile dritten Teil? Ja. Von Hard Rain. Wir sind einmal... äh, ein bisschen... gestorben. Ein bisschen nur gestorben. Aber jetzt machen wir es bestimmt besser. So, wie war das, Mr. Cutterfee? Du willst einen Devi nehmen, oder? Ich hab... ja, den hab ich mit... dann kannst du dich noch einmal heilen. Ach ja, ja, okay, gut. Weil dann haben wir was für den Fall, dass wir nochmal einen verlieren. Wir machen noch einen Devi... äh, Quatsch, Devi schleppen. Äh, Diesel schleppen. Steht doch schön hinten auf uns drauf, ne? Also, jetzt nicht mehr auf uns schießen, weil... Äh, hier liegt übrigens noch ein Molly rum, hinter Mr. Cutterfee. Oh. Ich versuche... so wenig wie möglich... Zwischen der Cola liegt übrigens ein Katana, falls jemand mehr... Ich hab... ich hab hier, ja. Okay. Ein Katana. Katana. Okay. Jetzt kann man oben viel, äh, hochlaufen. Wir haben das Pinsin, jetzt zurück zum Boot. Ach echt? Wo haben wir das denn her? Äh, äh, eine jute Frage. Hä? Das ist Tommi hinter mir tricky. Was? Wo? Schon dort. Hä? Wer so random ist so, als wäre da gerade mit uns aus dem Safe-Room rausgekommen? Ja, ich bin anders wie alle anderen. Oh, Thunderstorm! Ponder, 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 Ponder. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Das Problem ist, das hört, glaube ich, nicht auf. Wir müssen jetzt mit diesem Thunderstorm hier durch, oder? Ne, äh, nach und nach kommt das, glaube ich. Ja, aber so. Ich hab er gerade mitgenommen. Ja. Ja, mich hat er irgendwie... Und... Boah, ey, wir hatten auch recht aggressiv hier, noch schlimmer als... Aua, Tricky. Ja, tut mir leid. Boah, wo kommt denn der schon wieder her? Wir müssen hier durchs Feld, oder? Oh, das hört doch aus. Ja, nach und nach kommt das. Ach, ich dachte, dass das jetzt so eine Sequenz ist, die gebunden ist an eine Region. Ich glaube, das kommt hier, aber drei Minuten. Oh, Hunter! Okay, ich glaube, wir laufen gerade ein bisschen schief. Oh, das ist gut am Rand entlanglaufen. Und hier irgendwo kommt auch auch dieses Rohr gleich. Hier ist es. Sehr gut. Pai, ja, ja, so. Das sind jetzt wieder alle Wälder, ne? Was haben wir hier drin? Ach, das gleicht wie vorhin. Ja, das ist genau das gleiche, was wir alles hier liegen gelassen haben, können wir jetzt wieder mitnehmen. Was war das denn? Das war ein Smoker. Smoker. Schick. Ja, der ist unten geblieben. Es ist schön, wenn er jetzt hier an der Seite irgendwie hochkrabbeln würde. Das ist Spitter. Achtung, Spitter. Und, ey, ey. Spitter, weg, weg, weg. Ich kann nicht weg. Oh, ich häng ja ne, was haben wir hier. Unten ist ein Smoker, da muss einer noch. Alter, wie geht denn der hier so rum? Ich bin tot. Was, ehrlich? Oh, das ging mal fliegen. Der Smoker hat so ne unten mich festgehalten und das Glitter hier schön rinnen. Oh, oh, schatz. Ach, ich lebe schon wieder. Ah, das ist super. Deswegen habe ich den Defi mitgenommen. Wo ist meine Waffe hin? Die liegt da. Nee, eben nicht. Oh, schlecht. Dann ist sie hier unten. Also da... Oh. Ja, aber jetzt kommen wir gleich wieder in den Raum rein mit den... Naja, ich hab noch mal... Ah, achten, du mal. Ähm. Oh, hier wackelt alles. Ich glaube, es ging andersrum. Hier kann man drüber laufen. Hier. Ach ja, Alter. Ich hoffe, wir befinden uns... Da unten kommen sie. Oh, ja, da hat er. Dankeschön. Ja, bitte. Achtung von hinten. Von überall. Alter, sterb doch mal. Stirb mal nicht. Sterbt. Oh, willst du? Sterbi. Imperativ mit I. Hm. Okay. Sind da unten noch Waffen? Ja, da unten sind Waffen. Und dann möglichst hier rüber auf den, auf den Wasserkanister hoch. Diesen riesigen, links hoch. Lauf mal schnell rücken. Mhm. Das ist super. Hier, das Buschwerk? Ja. Ah ja. Ah, das Buschwerk. Ja. Da hat sich Tricky das letzte Mal. Meinen, wenn man da in dem Buschwerk mal so ein Loch eingebaut hätte. Das stimmt. Hier irgendwann schadet er, glaube ich, gerade. Ey. Ey, Tank, oder? Yeah, ich hab nur ne Pile. Ich seh noch nicht, ich seh nicht. Ich kann sonst werfen, aber ich seh nicht. Ja, von hinten. Oh ja, äh, er hat mich gerade abgeschmissen. Wo ist er denn? Ah, der kommt hoch, ne? Der kommt hoch. Der kommt hoch hier gleich, ja. Da ist er. Wo denn? Ach, da. Von, von da, wo wir gekommen sind. Äh, ich werf mal. Wo ist er denn? Oh, das hat doch. Ist er schon tot? Ah, 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 ah. Okay, weiter. Okay, ich hab ihn angerotzt. Ich lieg unten, verdammt. Ja, ich komme. Wieso war denn? Die Zombies müssen ihn jetzt attackieren. Ja. Gut. Aber ich wundere, dass er. Och Gott. Dass ich runtergefallen bin. Und dass er nicht brennt. Ich stell mich aber auch schon wieder dumm an. Oh, 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 oh. Hallo. Alter, wie viel leid er denn noch aus? Wo ist er? Er ist weg. Weg? Oder? Nee, er ist nicht weg. Wirklich, schnell mal. Hilf mir hoch, ich sterb gleich. Ich auch. Okay, ich halte fest. Ja, das war's. Bin hin. Ach, Mann. Oh, da ist er wieder. Wo, 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 wo. Ich... Ah. Hallo. Das sind so Stäbe, die halten mich fest. Scheiße. Ah, 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 ah. Los, SK. Unser Mann. Okay, ich halte hier hoch. Tricky. Hier ist irgendwo noch ein Madpack. Das habe ich mir gerade hin, weil ich grau bin. Ah, ist okay. Wir hatten doch ein Defi irgendwo, oder? Den habe ich schon verbraucht, für Tricky. Ach ja. Ja, der macht so weiter. Jetzt eine Pipebomb. Vielleicht ist hier drin einer. Ja, die Knarre hier mit. Hier ist noch ein Madpack drin. Genau. Dann haben wir brauche es. Tricky, nimm. Äh, wo war's? Dann, hä? Hier oben, der lag irgendwo. Ach, da oben. Genau, hier. Und Waffen. Dann nehme ich es mir jetzt gleich mal. Wir können oben bleiben. Ja. So. Ich habe noch eine Pipe. Ach, hier, wir brauchen noch einen Molly. Hier ist noch ein Molly. Ach, hier seid ich schon. Dann nehme ich noch mal einen Molly. Oh, da unten ist... Ich hole mal schnell unseren Freund. Oh, hallo. Oh, ja. Ja. So, und jetzt komme ich da drüben irgendwo wieder hoch. Hier komme ich da irgendwo wieder hoch. an der Seite. Und ich habe sogar eine Waffe. Nee, wo kann man denn hier hoch? Irgendwo bestimmt hier unten. Nee, nee, nee. Genau, genau andersrum. Hier ist noch eine Pipe für dich, Han. Äh, ja, ich muss erst mal nach oben kommen. Wie war das denn hier? Ja, dann, sonst lauft einfach jeden lang. Äh, überwache euren Weg hier oben. War das hier? Ach, hier. Jocki. Hier. Aber hier müssen wir eh durch, oder? Ach, ja, doch. Nee, wir müssen nach oben eigentlich. Nee, hier... Hä? Na gut, wir können auch hier lang. Aber weil hier ist ja jetzt ein doofer Weg eigentlich. Egal. Ja, weiß ich nicht. Jocki, irgendwo Vorsicht? Horde, vorne. Jocki hat mich von hinten. Oh, der zieht mich direkt den ganzen Weg zurück. Eieie. Wow. Super. Ach, Mann. Äh, wo? So ein Dränk der jetzt da drinne. Äh, Mist. Da kommen wir nicht. Doch. Wir kommen von da wieder rein. Ja. Geht so ruckzuck. Das Matpack hat mir geholfen. So, wieder im Geschenk. Wo ging's denn da hoch? Verdammig. Egal. Huch. Huch, sagt er. Also hier kam die Zombies ja raus, irgendwo. Nein, weil hier ist die Witch halt. Ich höre eine Witch. Sie ist... Ich seh sie nicht. So, wir können nochmal hier in den Raum rein? Ja, aber man hört sie. Wehe, wehe, die ist da drin. Nein, aber hier ist Munition. Ne, sie liegt hier auf dem Boden. Ich nehme mal eine M16. Sie liegt hier auf dem Boden? Ja, neben der Rampe, die hier hoch geht. Ah, ein Snooker hat mich. Und der zieht mich wieder zur Witch. Scheiße. Oh, das war knapp. Oh, 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 oh. Na, sie horcht sie um. Die Rampe müssen wir hoch am besten. Hm. Ich sneak da mal vor. Nee, lieber nicht. Ja, super. Toll. Ich hab sie gestartet. Und wieder down. Kenn ich ja schon. Ja, gut, das war aber... Hättest du sie nicht aufgeschreckt, hätt ich sie aufgeschreckt, weil ich direkt neben dir stand. Ich bin übrigens grau. Oh, da ist ein Jockey. Da, bitte. Vorsicht, bitte da. Wow. Ah. Runden. Runden. Sturm, oh Gott. Das ist... Ja, das geht doch. Heftig, heftig. Gewackelt alles. War aus. Rüber. Schauen wir den nächsten Mal. Können wir wieder hoch? Da ist ein Charter unten. Ah, hier. Hast du ihn? Ja. Nee. Okay. Oh. Ich häng hier fest. So, nicht mehr. Ah, habe ich erwähnt, dass ich Höhenangst habe? Wir sind in der Zombie-Apokalypse, da gibt es sowas nicht mehr. Ich bin gerade voll konzentriert hier. Alle, aber das ist echt schlimm. Ah, das ist... Ach, hier war die Stelle, die ich meinte. Ich werde mir jetzt übrigens mal Adrenalin reinziehen. Wow. Nein. Nein. Oh, fuck. Dann runter, da müssen wir eh hin. Äh. Berlin, da lebe. Äh. Okay. Ach, danke. Bitte, bitte. Jetzt müssen wir ja nur gucken, wie wir irgendwie in das Haus wieder reinkommen. Vielleicht hier rum. Das kriegen wir doch hin. Oh, mir geht's gar nicht gut. Gibt's da? Ah, sind alle da. Cool. Ach, hier, dann sind wir schon fast durch, oder? Äh. Aber nur fast. Ja, 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 positiv denken. Chaka und so. Da kommen wir schon wieder Medipacks. Chaka. Chaka. Ja, hier schnell durch. Nee, einfach durchlaufen jetzt. Oh, oh. Zieh, zieh, zieh. Ja, ich humpel so schnell ich kann. Ist okay. Nimm jetzt auf. Lauf, lauf, lauf. Hau, da hinten. Oh, und Boomer. Boomer, Hunter, Hunter, Hunter. Und alles. Oh, 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 scheiße. Ey, kurz vorm Ziel. Ich seh ja da gar nichts. Hunter. Oh, krass. Ich lieg hinter euch. Ich hab einen Hitpoint. Ist egal, den Rennen hoch. Ich hab einen Hitpoint. Ich bin beim nächsten Mal hoch. Han, rein. Nee, komm hier hin. Komm raus. Hier hoch. Oh, wir haben's geschafft. Wir haben's gleich geschafft. Los, renn, renn, renn. Oh mein Gott. Ey, ich wurde aufgefüllt. Komm rein, komm rein. Ich war zu. Uuuh. Oh, was für den. So schön. Ja, sehr schön. Oh, das war jetzt nervenaufreibend. Ja. Haben wir noch eine? Ja. Eine müsste noch, oder? Ja, klar. Der müsste euch. Bis gleich, genau. Tio, tschö, bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.